Oh ne, hier hat es gescheppert. Nee! Oh schön, hier kann ich schön speichern. Oh geil. Ja genau, und er fährt hier einfach mal los. Das Auto drängelt sich ja durch. Habe ich doch hier wieder recht, Symbol? Ja klar, das Auto drängelt sich ja durch. Krächt sich. Wir sind hier links. Oh da hat es eng geledert. Achtung hier liegt einer quer. Oh. So hier geht es gerade durch. Alter, wir müssen bremsen. Genau, im Überholverbot zieht er einfach rüber. Auf der Wiese, Junge. Auf der Wiese, Junge. Ja wahr. Alter. Oh. Ja genau. Oh. 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 Ich hab jetzt mal Kanal 18 eingestellt und wieder so ein Sack, was ich hier mache. Links. Oh, da hat es einen gebeutelt.